E.A.Pow Productions E.A.Pow Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm Der hartgeschmiedete Landgraf Zu Rula im Thüringer Wald liegt eine uralte Schmiede und sprichwörtlich pflegte man von langen Zeiten her, einen strengen, unbiegsamen Mann zu bezeichnen. Er ist in der Rula hartgeschmiedet worden. Landgraf Ludwig zu Thüringen und Hessen war anfänglich ein gar milder und weicher Herr, demütig gegen jedermann. Da huben seine Junkern und Edelinge an, stolz zu werden, verschmähten ihn und seine Gebote. Aber die Untertanen drückten und schatzten sie in aller Enden. Es trug sich nun einmal zu, daß der Landgraf Jagen ritt auf dem Walde und traf ein Wild an. Dem folgte er nach so lange, daß er sich verirrte und ward benächtiget. Da gewahrte er eines Feuers durch die Bäume, richtete sich danach und kam in die Rula zu einem Hammer oder Waldschmiede. Der Fürst war mit schlechten Kleidern angetan, hatte sein Jagdhorn umhängen. Der Schmied frug, wer denn wäre. »Das Landgrafen Jäger.« Da sprach der Schmied. »Pfui, das Landgrafen! Wer ihn nennet, sollte allemal das Maul wischen, des barmherzigen Herrn.« Ludwig schwieg, und der Schmied sagte zuletzt, »Herbergen will ich dich häuten. In der Schuppen, da findest du Heu. Magst dich mit deinem Pferde behelfen. Aber um deines Herrn Willen will ich dich nicht beherbergen.« Der Landgraf ging beiseit, konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht aber arbeitete der Schmied, und wenn er so mit dem großen Hammer das Eisen zusammenschlug, sprach er bei jedem Schlag, »Landgraf, werde hart! Landgraf, werde hart wie dies Eisen!« Und schallte ihn, und sprach weiter, »Du böser, unseliger Herr! Was taugst du den armen Leuten zu leben? Siehst du nicht, wie deine Räte das Volk plagen und mehren dir im Munde?« Und erzählte also die liebe lange Nacht, was die Beamten für untugend mit den armen Untertanen übeten. Klagten dann die Untertanen, so wäre niemand, der ihnen Hilfe täte. Denn der Herr nähme es nicht an, die Ritterschaft spottete seiner Hinterrücks, nennten ihn Landgraf Metz und hielten ihn gar unwert. Unser Fürst und seine Jäger treiben die Wölfe ins Garn, und die Amtleute, die roten Füchse, die Goldmünzen, in ihre Beutel. Mit solchen und anderen Worten redete der Schmied die ganze lange Nacht zu dem Schmiedsgesellen. Und wenn die Hammerschläge kamen, schallte er den Herrn und hieß ihn hart werden wie Eisen. Das trieb er an bis zum Morgen. Aber der Landgraf fassete alles zu Ohren und zu Herzen und ward seit der Zeit scharf und ernsthaftig in seinem Gemüt, begunnte die Widerspenstigen zwingen und zum Gehorsam bringen. Das wollten etliche nicht leiden, sondern bunten sich zusammen und unterstunden sich, gegen ihren Herrn zu wehren. Ja über die Hammerschläge. Kalt 내용es von Dänon Banu und Kaltmail Fest Stadion Berat